Was für ein Auftritt, ich bin immer noch sprachlos, raten Sie mal, was passiert, wenn man die ehemalige Pegida-Chefin bei Maybred Illner in die Sendung einlädt? Richtig, es kommt zum Eklat, niemand, also nicht die Gäste, aber auch Maybred Illner konnten ihr ansatzweise das Wasser reichen. Immer wieder hatten wir die absolute skurrile Situation, dass sie die, ja ich sag mal, Machenschaften der Medien aufdeckte, und zwar vor dem gesamten Publikum und vor den ganzen Gästen und denen blieb nichts anderes übrig, als sich das anzuhören und ja, ich sag mal, ganz baff irgendwie versuchen, dem Ganzen zu widersprechen, aber sie blieben vollkommen chancenlos. Wir werden auf jeden Fall jetzt die Höhepunkte hierzu analysieren. Lassen Sie davor noch ein Abo da und wir schauen jetzt mal rein. Ich bin Schäne hinterfragt und bin auf ganz andere Ursachen gekommen. Auf neue Schuldige? Nee, nicht auf neue Schuldige, das ist nicht wahr. Dann müsste mir jetzt erstmal jemand erklären, wie es denn zu rechtfertigen wäre, zum Beispiel, dass in den letzten zehn Jahren durch unbemannte Thronen 3000 Menschen ums Leben gekommen sind im Nahen Außen. Das schaffen wir in der Sendung nicht mehr, ehrlich gesagt. Das ist schon klar, aber wie kann das sein? Angenommen, es wäre andersherum der Terror, ne? Das wäre doch der Terrorismus, den wir uns hier wünschen, ne? Den sich vor allen Dingen die Medien wünschen, den sie ja den ganzen Tag propagieren. Ganz bestimmt nicht. Also das darf ich jetzt in aller Deutlichkeit sagen. Den wünschen wir uns nicht. Hier an dieser Stelle beginnt die Sendung so richtig Fahrt aufzunehmen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber spüren Sie auch diese Aggression und Spannung, die in der Luft liegt? Wir werden gleich den nächsten Ausschnitt ansehen, aber davor möchte ich kurz auf das Argument von Maybred Illner eingehen. Sie behauptet ja, die Medien wären gar nicht daran interessiert, dass es in Deutschland zu Angst und Terror kommt. Aber die letzten drei Jahre beweisen doch genau das Gegenteil. Die Medien haben den Lockdown massiv befeuert und schauen Sie sich mal diese Statistik an der 15- bis 17-jährigen Mädchen. Also die hat mich wirklich erschrocken, wenn man sich hier mal die Entwicklung der Depressionen, der Angststörungen, der Essstörungen und so weiter ansieht, dann sieht man, wir haben hier einen massiven Anstieg, der eben durch die Medien zu verantworten ist. Das grundlegende Problem, was ich eigentlich hier nennen würde, ist, dass es eindeutig zu viel Propaganda gibt in Deutschland. Darauf ist eigentlich auch Begida entstanden. Es ist teilweise so verwirrend, dass die Leute überhaupt nicht mehr wissen, was sie zwischen Gut und Böse zu unterscheiden haben. Und ich kann da nur sagen, dass ich die Leute einfach auffordere, selber anzufangen, nachzudenken und gewisse Dinge zu hinterfragen und gegebenenfalls ihr Weltbild zu ändern. Wer glaubt, dass die Propaganda mit dem Herrn Goebbels gestorben ist, den muss ich leider die Illusion nehmen. Sie vergleichen die Propaganda von Herrn Goebbels mit unserem Blatt? Die NATO-Propaganda ist sehr gefährlich, weil die NATO mit ihrer Propaganda einfach die Menschen in den Krieg stürzt. Einfach herrlich, hier hat sie wirklich in ein Westennest gestochen. Wir werden gleich sehen, wie es zum Eklag kommt, aber auch nochmal, hier muss ich ihr wirklich zustimmen. Goebbels war ja der Meister der Propaganda und die deutschen Medien, ja ich sag mal jetzt ganz provokant, die unterscheiden sich ja nicht wirklich von ihm, wenn man sich hier mal die einseitige Berichterstattung in den Mainstream-Medien anschaut, dann ist das wirklich erschreckend und Gott sei Dank wachen immer mehr Bürger auf. Schauen Sie sich mal diese Statistik an, hier wurden die Bürger mit der Frage konfrontiert. Wenn es um wirklich wichtige Dinge geht, kann man den Medien noch vertrauen und dann sehen Sie hier die Antworten der Bürger. Und 2001 haben 41% gesagt, ja wir stimmen denen zu, wir können den Medien noch vertrauen. Aber 33% haben gesagt, sie sind sich nicht sicher, also unentschieden. Und ganze 25% haben gesagt, sie stimmen dieser Aussage nicht zu, also sie können den Medien nicht vertrauen. Und das gibt uns doch letztendlich Hoffnung als aufgeweckte Zuschauer, dass die Deutschen langsam aufwachen und sich nicht mehr alles gefallen lassen. Ich bin als Wutbürger im Oktober auf die Straße gegangen und ich muss sagen, dass in der Zeit von Oktober bis Januar sich eigentlich meine Wut noch erhöht hat. Jetzt sind Sie so richtig wütend. Jetzt bin ich so richtig wütend, ganz genau, weil ich einfach es unverschämt finde, dass den Leuten hier unheimlich viel Lügen vorgesetzt werden und einfach nur die Machenschaften der NATO damit gerechtfertigt werden. Und hier an dieser Stelle raten Sie einfach mal, was die drei größten Lügen der NATO waren in den letzten 50 Jahren. Diese Liste wurde von Historikern und Politikwissenschaftlern erstellt und auf Platz 3 liegt die Intervention in Libyen, der Libyen-Krieg. Im Jahr 2011 wurde Gaddafi entmachtet und das Ganze als Begründung wurde aufgeführt, dass er einen Genozid an seiner eigenen Bevölkerung plant. Das hat sich aber nie so bestätigt und war letztendlich eine Riesenlüge der NATO und der USA. Auf Platz 2 liegt der Tonkin-Zwischenfall aus dem Jahr 1964. Hier hat die USA einfach mal behauptet, dass die Nordvietnamesen ihre eigenen Boote angegriffen hätten und haben daraufhin massiv den Krieg in Vietnam eskaliert. Und auf Platz 1, Sie können es sich sicherlich schon denken, liegt natürlich die Behauptung, dass im Irak Massenvernichtungswaffen lägen. Das hat sich aber als absolute Lüge entpuppt und war nur ein vorgeschobener Grund, um letztendlich den Irak anzugreifen. Kennen Sie noch weitere solche Beispiele? Schreiben Sie es doch mal in die Kommentare. Ich bedanke mich. Bis bald.